Weißt du kein Geld haben? Ey, ich leg die Bombe! Ey ey! Hast du noch das, was ich dir gezeigt hab mit diesen Giffys, da wir einfach nur so weggeleckt ist? Ja, genau so sah das gerade irgendwie aus, ich war auf ihn drauf. Wir alle alle? Nein. Nee, nicht alle. Aua! Das ist voll lang, weil ich die ganze Zeit immer nur... So, das... weißt du? Weißt du? Aber es ist effektiv. Nein, es ist nicht. Wir haben den letzten Wurzüge auf uns. Oh mein Gott, ich hab Yogi-Bär getötet, es tut mir leid, Jungs. Der hat einen guten Film gemacht, der eigentlich nicht war. Lass B gehen. Okay, ich versuch mit rein zu pushen. Warte, den er noch begeben hat. Okay, wo ist der Bot? Okay, wo ist der Bot? Der Bot? Ey, mach hier. Mein Gott, ja. Wart, klar. Der Bot, nein, ich puste dich hoch, komm. Ich bin hoch. Äh, eingepuscht, glaub ich. Ah, du bist schon oben. Sein, dass kein AFB ist? LOL! Der Typ stand in der Smoke drinne, wa? Was hast du gesagt, Marot? Ich hab ihn geno-scoped, ja. Ah, der ist, glaub ich, der war lang durchgepuscht. Ah, lang. Oh Gott, das war nur... Ich hab Mitte. Ey, ich dachte schon, warum mich so... 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 Nice. Schön, guck eine Tonne Teils. Oh, mein Gott, das ist so nice. Ah, dann wäre ich. Bitte. Kannst du auch eine Aave kaufen? Du musst dir vorstellen, er stand hier so, wa? Achso, nein, das hast du jetzt voll gar nicht gesehen. Ich dachte, wir kaufen jetzt auch eine Aave. Gehen wir jetzt alle along? Nein! Ich geh ja lang mit der Aave. Ich hab... ich guck Mitte mit der Aave. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab...